Jo, was geht ab Leute, mein Name ist Jay Samuels, mein Name ist Aria Lee, willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts, aus dem Jahre 80, aus den 80ern wollte ich sagen. Aus dem Jahre 80, denn da, so würde man halt direkt entdecken, dass du ein Alien bist und so versucht hast dich so, er dachte, er hat die Zeit so ganz falsch gelesen. Das ist wie in diesem Sketch von Keen Pio, wo der eine so nicht weiß, was ein Geschlechtsorgan ist, es hört sich jetzt für die wahrscheinlich ziemlich komisch, klingt überhaupt nicht wie das, was ich gesagt habe. Ja, 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 ja. Glaubst du an Schicksal? Direkt rein, ich will nicht wieder dieser eine sein, aber was meinst du mit Schicksal genau? Ne, also jetzt ohne Witz, sehr ruhig der eine. Also mit Schicksal, muss ich mit Schicksal irgendwas meinen? Hat das nicht so eine vorgefertigte Definition? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also mal jetzt bei jedem Wort so, was meinst du mit Arzt? So eine, der so die Ausbildung gemacht hat, so der auch zur Uni gegangen ist oder? Also warte, Schicksal, ne, ich bin mir einfach nur nicht gerade sicher, ob ich die Definition kenne. Ich glaube, Schicksal ist doch, wenn du, wenn quasi alles vorbestimmt ist, oder? Gucken wir mal vielleicht. Siehst du, deswegen, ich bin mir einfach nicht ganz... Also einfach nochmal die genaue Definition. Schicksal. Von einer höheren Macht über jemanden verhängt es, was sich menschlicher Berechnung und menschlichen Einfluss entzieht und das Leben des einzelnen Menschen entscheidend bestimmt. Ein trauriges, tragisches Schicksal. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit traurig und... Ach, okay. Da bin ich mal froh, dass du nochmal nachgefragt hast. Weil ich dachte sogar, es heißt ein bisschen was anderes. Ich auch. Ich dachte, Schicksal wäre, wenn einfach etwas vorbestimmt ist zu passieren. Also warte, von einer höheren Macht über jemanden verhängt es? Okay, das heißt, es muss von einer höheren Macht schon mal verhängt sein. Aber alles, was vorbestimmt wäre, muss ja von etwas vorbestimmt worden sein. Und dann kann man eher von einer höheren Macht sprechen, theoretisch. Rein theoretisch kann ja auch alles Zufall sein und schon so vorher bestimmt sein. Und dann kommt es darauf an, ob du den Zufall eine höhere Kraft nennen möchtest. Ach so, ja. Aber okay, was sich menschlicher Berechnung und menschlichen Einfluss entzieht. Okay, das heißt, wir können es nicht berechnen. Und das Leben... Okay. Ja. Dann haben wir doch weiter was gelernt. Ah, okay. Das heißt, man würde sich im Generellen vorstellen, eine höhere Kraft hat alles, hat quasi so ein Skript des Lebens geschrieben. Mhm. Und das ist jetzt so, und egal was du machst, du kannst dich nicht entziehen. So ein langes Skript, aber... Also, das hat so richtig viel so B-Szenen und so... Ja. Das heißt, okay, warte, Schicksal ist so Spielfilm und ohne Schicksal ist mehr so Reality-TV. Nee, ohne Schicksal ist so mehr Schauspiel ohne Skript. So, nee. Ist mehr Reality-TV. Improtheater. Okay, na gut. Okay. Genau. Ich... Ja gut, wenn ich jetzt sage... Also meine... Du weißt, was ich jetzt sagen werde. Was wirst du denn sagen? Was werde ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach so. Und ohne es zu wissen, wusste ich, dass er es nicht weiß. Ja. Ich verstehe. Leute, habt ihr das gerade gehört? Ich glaube, das haben die nicht. Okay. Also, warte mal. Okay, schau mal. Wir sind hier... Hier passieren manchmal komische Dinge. Erstens. Ab und zu, wenn wir hier sind, hören wir ein schreiendes Baby aus dem Sofa. Das Schlimme ist, das stimmt sogar. Und wir sind nicht verrückt. Dann, wer von euch unseren Hauptkanal verfolgt... Nein, nein, das musst du kurz noch zu Ende erklären. Du musst das Erste noch zu Ende erklären, bevor einfach... Erzähl du. Wir haben diese Couch, auf der wir sitzen, die kann man öffnen und da drin... Wir hören nicht einfach so schreiende Babys. Nein, also man kann die öffnen und da drin sind halt so verschiedene Requisiten drin. Das klingt voll schlimm. Und ein Baby. Genau. Eine Requisite, die wir mal für einen Kurzfilm besorgt haben, oder für ein Videoprojekt auf jeden Fall, ist so ein Baby... Eine Baby-Puppe. Ja, genau. Das ist der entscheidende Punkt. Die Puppe ist das Wichtige. Es ist eine Baby-Puppe. Und die hockt hier... Also, die liegt halt in der Couch drin quasi. Und ich glaub... Ja, da war sie schon wieder. Ich glaub, die hat so einen Sensor drin oder irgendwas. Ich weiß nicht... Aber... Ja, hat sie. Aber das Ding ist, wir saßen auch schon mal nicht da drauf. Und das Baby hat auf einmal angefangen zu reden. Und dann wird's halt scary so. Vor allem, wenn wir mal so ein bisschen später oder sowas aufnehmen. Ja, ja, ja. Genau. Und wir haben eine Zeit lang sogar das voll vergessen, dass es dieses Baby gibt. Und als wir das dann zum ersten Mal wieder gehört haben, haben wir uns Todes erschrocken. Und genau. Aber das ist nicht alles. Wer von euch... Ah, klar. Wer von euch... Die sagt immer so... Nein, da. Nein, da. Okay. Die sagt Mama einfach. Ja, aber so voll creepy. So... Die hat echt komische Betonungen. So würde ein Baby niemals reden. So redest du frühestens ab so bestimmt vier oder fünf. Und... Naja, ich denke mal auch, dass es ein Erwachsener eingesprochen hat. Oder? Oder glaubst du, die haben so ein Baby ins Synchro-Studio geholt? Für die Puppenaufnahmen. Wie verhandelt man mit einem Baby seine Gage? Indem man mit den Eltern spricht. Ganz genau. Ari hat sich für einen kurzen Moment gerade gedacht. Das ist doch die Geschäftsidee. So, aber wer von euch unseren Hauptkanal verfolgt und da eine gewisse Videoreihe von uns gesehen hat, in der Annabelle und Chucky die Mörderpuppe ein paar Differenzen miteinander haben, weiß, dass wir eine Annabelle und eine Chucky die Mörderpuppe hier haben. Schon mal nicht geil, eine von diesen Puppen überhaupt bei sich zu haben. Aber okay, wir dachten zwei. Und immer wieder, wenn wir hier sind, also die sitzen da. Da ist so ein Regal und da sitzen die. Und manchmal... Schau mal, Leute sagen so, ja, bildet ihr euch ein. Nein, wir haben darüber geredet. Die haben sich angeguckt. Davor war das nicht so. Die haben sich angeguckt. Und das nächste Mal, als wir hergekommen sind, haben die auf einmal wieder uns angeguckt. Das war sogar einmal am selben Tag oder so, ne? Ich glaube, das... Also entweder am selben Tag oder zwei Tage in der Folge. Also nacheinander, meine ich. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir... Ich glaube, ich habe das sogar gesagt. Ich meinte, haben die sich schon immer angeguckt? Und dann haben wir so Witz drüber gemacht, dass sie sich angucken. Und deswegen haben wir uns aber halt auch gemerkt, dass es so ist, dass die sich angeguckt haben. Und dann sind wir... Ich weiß nicht, ob es derselbe Tag war oder einen Tag später. Ich glaube, einen Tag später. Als wir dann auch hier aufnehmen wollten, haben die sich halt nicht angeguckt. Sondern so quasi, ich glaube, in Richtung Couch hier. Also so wie die jetzt gucken. Du meinst, die haben uns angeguckt? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall... Also vorher waren die... Guck mal, also sorry für die Audio-Leute, aber so haben die sich angeguckt. Genau. Und plötzlich haben beide so in die Richtung geguckt. Und das war ein bisschen gruselig, weil ich immer noch nicht weiß, wer das war. Und wir haben so angefangen, alle, die hier irgendwie sind, zu fragen. So mein Bruder und so. Natürlich sagt jeder, er war es nicht. Ja. Aber die haben das recht glaubhaft verkauft. Und dann fängst du irgendwann an allem zu zweifeln so. Vor allem, wenn dann auch noch das Baby aus der Couch dann nach dir ruft und so. Ja, Mann. Ich bin wenigstens froh, dass wir eigentlich gar nicht schlecht mit Annabelle und Chucky in der Videoreihe umgegangen sind am Ende. Das heißt, die sollten nicht unbedingt Gründe haben, und auf uns sauer zu sein. Wir waren sogar beim Dreh die ganze Zeit so, ja, geh mal nicht zu, geh mal nicht zu, zu gewalttätig mit der Puppe um, ja, weil unnötig, nicht unnötig zumindest. Wobei, ich glaub, wir haben doch einen Nagel in einen reingesteckt, damit der da bleibt. Und haben wir nicht einen sogar in, nee, wir haben so getan. Haben wir einen von denen in den Fluss geworfen? Ich glaub, wir haben was anderes in den Fluss geworfen. Okay, gut. Ja. Das ist wahrscheinlich auch noch der Grund, dass wir am Leben sind. Genau. Das ist der Zusammenhang zwischen Schicksal und... Das ist unser Schicksal zum Beispiel. Glaubst du an Schicksal? Keine Ahnung. Ich hab mir, also erstens, wir wussten scheinbar gar nicht, was Schicksal ist. Ja. Genau. Und zweitens, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ob ich daran glaube, aber ich, was ich voll oft, worüber ich voll oft nachdenke, ist, ob alles, ob alles einfach eine unfassbare Verkettung von Zufällen ist, die irgendwann mal angefangen hat und somit seinen Lauf genommen hat und quasi dadurch alles vorbestimmt ist. So, weißt du, was ich meine? Wie soll ich das erklären? Stell dir mal vor, du machst das, das führt zu dem, das führt zu dem, das führt zu dem und davon gibt es ja ein riesiges Geflecht von Sachen, die irgendwas anderes verursachen. Ja. Und rein theoretisch, was ich immer dagegen denke, ist, ob Menschen sich so etwas entziehen können. Was jetzt? Also, dem Zufall, sag ich mal. Okay. Weil der eine Gedankengang wäre, Menschen sind so, wie sie geworden sind, also sie sind so, wie sie sind, aufgrund von all den Zufällen, die in ihrem Leben passiert sind. Mhm. Ja. Welche Eltern hattest du? Wie haben sie dich erzogen? Dann, das kommt ja auch nochmal richtig viele Zufälle darauf an, wie sie dich erzogen haben oder wo du wohnst, wo du geboren wurdest, was du für Freunde hattest, was, mit was du, was du allem begegnet bist. Mhm. So, all diese Zufälle, manchmal denke ich, okay, das könnte sein, dass das bestimmt, wer man ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, dass dein Charakter durch diese Zufälle geformt ist Mhm. Und, auf der einen Seite könnte es dann sein, dass du dementsprechend auch nötigst, immer nur auf alle Zufälle reagierst. Ja. Aber die Illusion einer bewussten Entscheidung hast. Mhm. Und dann könnte es halt aber auch sein, dass wir uns, nein, tatsächlich können wir uns dem entziehen. Ja. Und uns anders umentscheiden als, als vorgegeben. Als vorgegeben. Das weiß ich nicht. Ich denke aber oftmals so zwischen den beiden nach, Mhm. Weil, auf der einen Seite könnte es halt voll das eine sein und wir checken es nicht. Also so, du denkst so zum Beispiel so, ah okay, ich war immer voll der Faule, aber irgendwann habe ich mich voll entschlossen, diszipliniert zu sein. Mhm. Und vielleicht war das schon von Anfang an die Zufälle, die alle in deine Richtung gekommen sind, haben von Anfang an, sollten sie, also, ob sie einen Zweck haben, das ist eine andere Frage, aber, äh, sollte es quasi so kommen, dass sie dich dahin treiben, dass du erst mal so bist und dann irgendwann auf einmal deine Disziplin doch noch findest. Aber was, was heißt sollte? Also im Sinne von? Sollte meinte ich nicht im Sinne von, dass es von irgendwen vorher gesehen war. Ja. Sondern im Sinne von, es würde noch so kommen. Ist einfach gerade nur meine, meine, äh, Wortauswahl. Ja. Ja. Ich weiß nicht mal, ob, nur weil etwas prädestiniert ist, dass es automatisch bedeutet, dass freier Wille nicht existiert. Mhm. Also theoretisch kannst du ja trotzdem deine, also, weil das ist doch ein bisschen wieder, oh nein, es geht wieder in Richtung Zeit. Sorry, Leute. Aber nur weil etwas, oh nein. Naja, also wir haben, für uns ist ja so, Gegenwart ist das Einzige, was gerade existiert und Zukunft existiert noch nicht und Vergangenheit existiert noch nicht. Aber rein theoretisch könnte man sogar, also wenn man davon ausgehen. Vergangenheit existiert noch nicht? Oder meinst du nicht mehr? Nee, noch nicht. Nee, existiert nicht mehr. Sorry, ich hab schon versprochen. Für uns, also uns kommt das so vor, als ob diese beiden Teile nicht existieren und quasi nur die Gegenwart existiert. Aber rein theoretisch könnte ja alles gleichzeitig existieren. Ja. und wir befinden uns quasi nur in einem gewissen Punkt, den wir wahrnehmen können. Genau. So gesehen würde das ja dann heißen, dass alles vorgeschrieben ist und dass daher wir uns nicht, also wir selbst nicht entscheiden können, was wir jetzt als nächstes machen, weil es ist ja schon vorgeschrieben. Mhm. Aber vielleicht, wie gesagt, schließt das eine oder das andere nicht aus. Also nur weil wir uns entscheiden, etwas zu tun und das quasi auch schon in der Zeit feststeht. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Du meinst, es ist so, alles ist schon passiert, also so, alles ist vorgeschrieben, aber es ist vielleicht so vorgeschrieben, weil unser freier Wille mit eingebracht wurde. Ja. Und nicht, es ist so, unser freier Wille ist egal und ändert nichts an der Sache. Genau, genau. Ja, es könnte echt vieles sein. Aber ja, das ist auch voll der interessante Gedankengang, weil ich habe mich neulich gefragt, ist vielleicht schon alles passiert und wir sind, wie du gerade meintest, wir sind nur an einem bestimmten Punkt, den wir gerade entlang wandern und wir können nur in die eine Richtung wandern. Beziehungsweise, so wie ich das gerade meinte, war so, alles passiert gleichzeitig. Na ja, gleichzeitig so ein bisschen wie Arrival. Hast du Arrival zufällig gesehen? So, ja, deren, Verständnis von Zeit ist ja auch nicht linear. Ja. So, die nehmen ja alles irgendwie so ein bisschen gleichzeitig wahr. Ja, du nimmst einfach die gesamte Zeit, also gleichzeitig, weiß ich nicht, ob man das Wort dann überhaupt verwenden kann, aber genau so, im übertragenen Sinne, die nehmen, also die gesamte Zeit. Ja. Naja, so wie eine Strecke, wir nehmen ja auch eine Strecke nicht nur den Punkt unbedingt wahr, wo wir sind. Oder? Wir können ja auch, ich glaube, das ist ein Scheißbeispiel. Naja, doch. Als ich es ausgesprochen habe, wusste ich nicht mehr, wo ich damit hingehe. Du kannst quasi auch schon den Weg vor dir sehen und du kannst auch den Weg hinter dir sehen, wenn da nichts zwischen ist. Wenn da nicht so ein Baum oder so zwischen ist. Oder wir können auch so neben dem Weg stehen oder so von oben oder von woanders den ganzen Weg angucken. Theoretisch, ja. Okay, also vielleicht ist dein Beispiel sogar gar nicht so schlecht. Aber, ja Mann, ich verstehe, was du meinst. Das heißt, eigentlich weiß ich es auch nicht, aber ich wege oftmals irgendwie bei dieser Schicksalsfrage, wege ich oftmals so zwei Gedankenmodelle, die ich von denen ich gerade erzählt habe, immer gegeneinander ab. Dann weiß ich immer nicht. Ja. Aber am Ende des Tages macht das dann einen Unterschied? Also jetzt ohne Witz. Also was ich mich manchmal frage ist, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der böse oder charakterlich schwach ist oder was auch immer, habe ich mich schon oft gefragt, ist es seine Schuld? Am Ende des Tages können wir natürlich nicht sofort fortfahren. Wir können nicht sagen so, ja, keiner trägt Schuld an einem, deswegen soll und darf jeder machen, was er will. Wir müssen Verantwortung für unsere Taten übernehmen und, 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 und. Aber ich frage mich voll oft, müssten mir sogar die schlimmsten Menschen eher leidtun, als dass ich sie zum Beispiel verachte oder, oder was auch immer? Also ich glaube sogar, theoretisch ja. Theoretisch ja. Ja, zu einem, zu einem gewissen Teil ja. Auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch oft gefragt, gibt es einen Punkt, an dem man als Mensch erwachsen genug ist, einen freien Willen zu einem gewissen Maß entwickelt hat, sodass man sich so seiner Destiny so ein bisschen entziehen kann, so, oder all dem, was dir mitgegeben wurde. Also wenn du eigentlich zum Beispiel aufgewachsen bist und dir wurden gute Werte nicht vermittelt, du wurdest zum Beispiel rassistisch aufgezogen, du wurdest irgendwie dazu aufgezogen, dass du böse geworden bist, anderen wehtun willst, was auch immer. Okay, als Kind, ein Kind würde man eigentlich, bin ich der Meinung, nicht schuldig sprechen, wenn man wirklich jetzt alles, alle Umstände wüsste und wüsste so, okay, ist ein unschuldiges Baby auf die Welt gekommen und so die Eltern haben die ganze Zeit ihn darauf programmiert, dass er so und so tickt. So, das heißt, bis zu einem gewissen Alter würde ich persönlich alles irgendwie oder vieles den Eltern und der Umgebung zuschreiben. Ja. Aber ab einem gewissen Punkt ist die Frage, ob jeder dann die Entscheidung hat, so seinen Weg nochmal umzukrempeln oder kommt das am Ende wirklich darauf an, ob du, hattest du Glück, jemanden kennenzulernen, der dir mal einen Anstoß in die richtige Richtung gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was ich meine. Hattest du Glück, mal Karma zu erleben oder dies, das, irgendwas, was dich so für den Anstoß gibt. Ich glaube, also ein gewisses Maß an Glück spielt immer eine Rolle, weil ich sage mal, es ist ja selbst Glück oder nicht Glück, wie charakterstark oder schwach du bist. Also, jemand kann auch Glück haben, dass er einfach charakterlich stark genug ist, um sich dagegen zu entscheiden und quasi das Richtige zu tun. Das ist ja dann auch eine Form von Glück und da ist dann auch die Frage, ist das denn, kann man das dann ihm zuschreiben? Er hat doch nur Glück gehabt, so weiß ich meine. Aber ich denke schon, dass man ihm das zuschreiben kann, weil es ist ja auch seine Entscheidung. Das ist ein bisschen die Frage. Also, ich glaube, dass, ja, am Ende des Tages ist dann ja, wo willst du da die Linie einfach für dich selbst ziehen? Aber ich denke schon, dass, also, weil die Tatsache, dass es möglich ist, zum Beispiel Oprah Winfrey ist eine der erfolgreichsten Frauen im, im, im Fernsehgeschäft aller Zeiten gewesen, ist sie immer noch. Sie ist aufgewachsen in einer Familie, wo sie, anscheinend, wo ihr vieles angetan wurde. Ich glaube, auch so Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt sagen will, weil ich nicht schon wieder demonetisiert werden will. Das ist jetzt schon ein paar Mal gewesen, weil wir so einen Satz mal gesagt haben. In ihrer Kindheit ist auf jeden Fall viel, viel schief gelaufen. Jeder rationale Mensch, der hört, was hier alles widerfahren ist, würde denken, dass das eigentlich unmöglich ist, dass sie da irgendwie rauskommt, geschweige denn, den Erfolg genießt, den sie dann im Endeffekt jetzt hatte. Ja, erreicht hat. Ja, genau. Und ich glaube, also das ist quasi möglich. Es ist möglich. Deswegen ist, dazu gibt es sogar einen sehr interessanten Spruch oder Mini-Story. Es gab zwei Zwillinge, die in einer sehr schwierigen Familie aufgewachsen sind mit einem Vater, der sie, der war zum Beispiel alkoholabhängig und der hat sie ständig geschlagen und schlecht behandelt und, und, und. Ach, scheiße, jetzt können wir es schon wieder nicht monetarisieren. Was habe ich gesagt? Dass sie sie geschlagen hat. Echt? Dafür schon? Ja, steht da, du musst doch angeben, behandelt es in irgendeiner Form, das und das und das, Gewalt oder so, und wenn du es anklickst, dann ist es automatisch schon. Aber, weil ich einmal gesagt habe, eine Story, irgendwer, eine fiktive Story, wo irgendwer irgendwen geschlagen hat. Ey, ich habe die Regel nicht gemacht. I don't think so. Wenn ja, wäre das ein bisschen extrem, oder nicht? Meint ihr nicht YouTube? Na gut, genau, dieser Vater hat den Kindern eine sehr schlimme Kindheit beschert, so ne? Und, Zwillinge. Und irgendwann später trifft man auf den, äh, einen Zwilling, der ist Millionär geworden und man fragt ihn so, yo, hey, wie ist es dir ergangen und wie kommt es hierzu? Ja. Und dann meint er so, und der hat eine richtig erfolgreiche, glückliche Familie, was auch immer so, ne? Mhm. Und dann sagt er so, ja, hast du schon mal meine Kindheit gesehen? Was ich da alles erlebt habe? Wie könnte ich denn nicht jede Sekunde alles dafür geben, um da zu entfliehen und mir das Gegenteil davon aufzubauen? Ja. Dann treffen die auf den anderen Bruder, der jetzt selber alkoholabhängig ist und, ähm, richtig verbittert und, und, und. Und dem geht es halt einfach nicht gut. Ja. Und man fragt so, yo, was ist mit dir passiert? Und dann sagt er so, hast du dir schon mal meine Kindheit angeguckt? Ja. Wie hätte ich denn jemals glücklich und erfolgreich werden sollen bei so einer Kindheit und so einem Vater? Ja. Das heißt, ja, du hast immer so, also die Geschichte ist zwar eine erfundene Geschichte, gibt es bestimmt auch, achso, ja, ja, genau, das ist eine erfundene Geschichte. Okay. Bin ich mir sicher, dass es das auch zuhauf in real geht. Ja, ja, natürlich. Aber das zeigt so ein bisschen das Prinzip von, also es geht nicht immer darum, was passiert, genau, was dir widerfährt, sondern was, wie du es für dich einordnest, wie du es einstufst. Ist das was Schlechtes gewesen oder ist es was Gutes gewesen? Ist es neutral gewesen? Oder was auch immer. Es ist wie so ein Kind, hast du schon mal gesehen, wenn ein Kind fällt, guckt es sich manchmal so um. Wenn irgendwer so guckt, so, oh nein, dann weißt du so, oh nein, oh scheiße, das war Kacke. Und fängt an so zu weinen. Aber schon mal aufgefallen, wenn du ein Kind zum Beispiel hinfährst, und du so, hey, alles cool, man, hey, das war voll der coole Stunt. Oftmals, nicht immer, wenn es denen jetzt voll weh getan, hat, weinen die trotzdem. Aber oftmals sind die dann so, ah, und so weinen nicht. Das ist oftmals so deine Definition, wie muss ich das jetzt wahrnehmen? Ja, nee, voll. Kann ich voll nachvollziehen. Im Endeffekt, musst du einfach gucken, was du mit deinen Umständen machst. Ja, Mann. Ich habe auch neulich mit Tabo geredet gehabt, und der hat mir, weil der studiert ja Psychologie, und der hat richtig interessante Sachen lernen, die gerade, und der hat auch irgendwas davon erzählt, dass es gibt halt, es gibt, es gibt ja irgendwie Gene, also Dominante und Rezessive, die sich entweder durchsetzen oder nicht, und ich komme da nicht ansatzweise so mit, was er mir da so erzählt hat, aber das ist voll krass, dass sich scheinbar manche Gene durch die Umgebung und zum Beispiel Erziehung entweder dann aktivieren oder nicht. Ah, okay, krass. Das ist voll krass. Das heißt, es ist nicht alles Genetik, es ist Genetik in der Kombination mit deinem Umfeld und deiner Erziehung. Und das sorgt dafür, dass manche Gene dann aktiviert werden oder nicht. Und da hat er mir gezeigt, so zum Beispiel, wie zwei Leute, die dasselbe Genom haben oder halt dieselben Gene haben, der eine wurde so erzogen, der andere so, der eine wurde zum Beispiel oft mit Gewalt konfrontiert oder Druck oder 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 der andere nicht und bei dem hat sich dann so was ganz anderes entwickelt. Das ist echt voll interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja, man, so wie komplex alles ist und wie oft du gar nicht die Wirkungen von irgendwas sehen kannst, was irgendwo irgendwie passiert. Ja. Ja, man, das ist echt ein Riesenchaos. So wie dein Zimmer. Stimmt nicht, dein Zimmer ist immer übertrieben aufgeräumt. Ich weiß sogar gar nicht, ob es ein bisschen zu spät in der Folge ist für ein neues Thema, aber was war denn so die Evolution deines Musikgeschmackes? Hast du eine Evolution eines Musikgeschmackes oder war so Geschmackes? Robert Geschmackes. So gar nicht seltsam. Das könnte so ein Nachname von so einem jüdischen Hollywood-Registörer sein. So wie Zemeckis. Robert Geschmackes. Ja, was die Evolution meines Musikgeschmackes war? Dieses Wort wird jetzt hier immer komisch sein. Geschmackes. Das Wort existiert sogar. Ja, ja. In der Form. Ich mochte früher ein bisschen andere Musik als jetzt. Aber ist es das, was du hören willst? Ja. Du hast so ein bisschen langweilig. Ich habe so ein bisschen versucht aufzuschalten und dann hast du es so richtig langweilig wieder so runtergerufen. Leute hätten jetzt gedacht, Abo, Jay erzählt mir die Evolution seines Musikgeschmackes und jetzt denken die so, der erzählt mir, was er früher gemacht hat. Ja. Also ich mochte halt früher, komischerweise, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo nicht so viel Musik gehört wurde. Der optimale Boden, um ein krasser Rapper zu werden. Ja, irgendwie komischerweise. Also was wir immer so gehört haben war, ne, das ist das Ding, es wurde kaum Musik gehört. Ja. Aber warum bist du dann so, hast du dich musikalisch so krass entwickelt und deine Schwester auch? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich einfach dafür interessiert. Ich habe halt auch gemerkt, meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Musik mache. So im Sinne von, sie wollte, so dass ich, also ich glaube, ich war auch im Chor, als ich ganz jung war und so Sachen und das war alles so ein bisschen auch nicht meine Entscheidung, sondern es war einfach, mach das mal. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich gezwungen wurde, wieder zu gehen. Komischerweise gab es das nicht bei uns zu Hause, sondern es war eher nur so, ah, du sollst das machen. Das ist eher Film von deiner Femme, ne? Film, wir haben so viele Filme gehabt und es ging immer nur um Film. Und deswegen, das, das habe ich wirklich von meiner Familie, von meinem Dad auch vor allem. Und keine Ahnung, diese Musiksache im Endeffekt, ich glaube, ich habe irgendwann dann gemerkt, dass ich das relativ gut konnte. Also einfach, früher konnte ich halt auch so, hatte ich eine halbwegs hohe Gesangsstimme, bevor es Stimmbuche und sowas gab. Und dann habe ich irgendwann angefangen. Du hast dir deine Gesangskarriere schon ausgemalt. Ja, genau. Als du noch nichts davon wusstest. Und dann einen Tag aufgewacht und so. Nein! So, ich wette, voll viele Childstars haben auch so das Problem gehabt. So, Justin Bieber hätte auch eines Tages aufwachen können und so. Nein! Never say never. Never. Ich bin nur erkältet. Für die nächsten 30 Jahre. Im Endeffekt habe ich dann angefangen, eigene Songs zu schreiben. Mein erster Song, den ich jemals geschrieben habe, ging um einen Marcianer. Um einen Marcianer? Ja. Der Song ging This is a true story. Es ging I am a Martian and I was on Earth. I did, nee, they didn't wanna hear this. Nee, was war's? Es war irgendwie, es ging nur um so einen Marcianer, der auf der Erde war und dann so, alle haben ihn so fertig gemacht. Also so, er wurde nicht akzeptiert auf der Erde. Oh Mann. Das war mein... Kommt der Song noch raus? Weiß ich nicht. Es wäre ein cooler David Guetta-Song geworden. Ja, es war auch irgendwie komischerweise so ein Techno-Song. Ich glaube, weil das so Ende der, nee, so Anfang 2000er war, das ist doch so die Art von Musik, die lief. Ja, Mann. Das ist auch richtig die Musik, die lief. Ja, krass. Ich glaube, die letzte Line war, das weiß ich noch, er redet über die Menschen und er sagt, One of them attacked me, I kicked him in the face. Now they wanna have a war, the stupid human race. Dun, 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 dun. Ja, stimmt. Ja. Das war... Ich dachte, du sagst, now we're friends. Nee, leider nicht. Die haben sich bekriegt. Schade, schade, schade. Ja, falls du mal ein Musikvideo dazu drehen willst, sag Bescheid, ich bin am Start, Mann. Okay, nice. Ich muss nur die ganzen Lyrics zusammen kriegen, aber das kriegen wir schon hin. Ja, Mann. Ja. Und wie ging es dann weiter mit der Musik-Evolution? Also ich habe, als ich so die ersten Bands, die ich cool fand, waren so Spice Girls, und so. Weil das auch so in der Zeit irgendwie war, keine Ahnung, ich war da übertrieben klein im Sinne von so, keine Ahnung. Broses? Wie? Ja. Boah, ich war richtig in Broses, Alter. Ja? Ja, Mann. Do you know what it feels like? Do you? Bei uns war das eher No Angels. Ah, okay. Ja. Das war, glaube ich, die erste Gruppe von denen. Ja. Ja, sorry, das sind so old school. War das als Popstars? Ich glaube, ja. Es war eine dieser Serien, wo Bands geformt wurden. Genau. Ja, Mann. Crazy, crazy Zeiten, Mann. Und genau, von da ging es aber dann, hat es dann angefangen, dass ich langsam meinen eigenen Musikgeschmack entwickelt habe. Und dann war es einmal, Rap habe ich für mich entdeckt. Und da war halt so Will Smith, den ich halt immer gehört habe. Ich durfte halt nur Will Smith hören, weil er der einzige Rapper war, der nicht geflucht hat. Und das und habe mich halt immer mehr in Rap reingesteigert, habe dann auch langsam Freunde gehabt, die Rap gehört haben, Hip-Hop gehört haben. Aber ich habe auch gleichzeitig Freunde gehabt, die so sehr viel Rock gehört haben. Und da habe ich mich dann auch so hineinbegeben und das fand ich halt auch ziemlich fresh. Da habe ich eine Zeit lang auf jeden Fall auch beides gehört. Inzwischen ist es mehr in die Hip-Hop-Richtung gegangen, weil ich auch, glaube ich, das für mich entdeckt habe, so als Musiker. Aber ich bin auch immer noch ein Fan von Rockmusik generell. Und dann habe ich halt auch generell mich auch, einfach generell, glaube ich, auch mit Musik beschäftigt. Also ich habe mich jetzt nicht nur festgelegt, dass ich jetzt ausschließlich die eine Sache höre, aber es ist schon so, dass das meinen Geschmack sehr stark beeinflusst hat. Und dann im Endeffekt bin ich jetzt so ein bisschen da, wo ich jetzt bin. Und jetzt bist du hier. Bei dir hat es auf jeden Fall mit persischer Musik angefangen, weil ich habe so die ganzen Tanzvideos gesehen. Ja, aber also, oh, apropos. Was denn? Ich habe gerade sogar frisch was für dich zum Zeigen. Echt? Ja, Mann. Exklusiv, aber nur für dich. Oh. Oh, nice. Das hatten mir meine Cousins beigebracht, Die waren alle so... Die waren alle so 18, 20, 22 oder sowas, als ich so alt war. Das waren voll die draufgegangen, also Partymacher und so. Und die haben mir das alles gezeigt. Das sind so diese Oldschool-Club-Dance-Sachen, ne? So ein bisschen. Ich schätze mal. Nice. Ja, Mann. Ach, krass. Oh, shit. Jedenfalls. Lassen wir es drin, eigentlich? Weiß ich nicht. Also, ich habe auf jeden Fall gerade ein Video gesehen, wo ein kleiner Aria die krassesten Moves ausgepackt hat. Genau. Also, bei mir war es zuerst, ja, persische Musik, weil das einfach halt meine Umgebung war. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie und wann und warum, aber es hat echt sehr früh angefangen, auch mit Michael Jackson. Also, ich erinnere mich zumindest, wie ich so vor dem TV stand und irgendwie, weiß, keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber so da Michael Jackson gesehen habe und wie ich auch meinen Eltern immer so als Kind so erzählt habe, so, ja, wenn ich groß bin, will ich Michael Jackson werden, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, es wäre komisch, er zu werden und nicht wie er. Ja, das wäre wirklich komisch. Krass, sorry, MJ habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Tatsächlich eine der einzigen Kassetten, die wir so hatten, die ich auch oft gehört habe. Wir hatten diese Kassette, das ist das Album, wo Jam drauf ist. Was ist das? Das war auch, glaube ich, der erste Song auf dem Album. Deswegen habe ich auch das richtig oft gehört. Sorry, ist mir gerade nur eingefallen. Ja, aber jedenfalls keine Ahnung, wie er schon damals reingekommen ist. Er war dann so am Start. Von Hip-Hop und sowas habe ich recht wenig im Iran mitbekommen. Aber dafür, als ich nach Deutschland gekommen bin, straight im Asylantenheim, so einer der Nachbarsjungen so, kam und hat mir einfach random ein Schweißband geschenkt, wo Tupac drauf stand. Und hat mir dann erzählt, wer Tupac ist. Ab dem Moment hat so richtig angefangen mit Tupac. Und mein Bro, also Sam, ich meine mein Bruder, Bro hat so Bedeutung verloren. Saman, genau, der hat schon wohl in Iran Eminem gefeiert und hat mir dann so auch Eminem so in Deutschland gezeigt. So immer, wenn so Without Me oder sowas gelaufen ist, war er so, oh hey Eminem. Ich so, was ist ein Eminem? Und ja, man, da kam so Hip-Hop dazu irgendwann mal. Das hat eine Weile gedauert. Ich glaube erst so 2010. Durch Tricking habe ich dann auch angefangen, Rock und sogar teilweise ein bisschen Metal zu hören. Davor war es sogar so, ich weiß nicht, vielleicht war das nur meine Schule. Vielleicht kannst du es mir auch bestätigen. Und das war so generell so. Hip-Hopper und Rocker haben sich so eher bekriegt. Also die haben sich gegenseitig nicht gemocht. Es war so nicht so, ah wir lieben alle zusammen. Ey, du hörst halt eine andere Musikrichtung. Es war so, ah Rock ist scheiße und die anderen waren Hip-Hop ist scheiße. Bei uns war das so nicht so wirklich, weil es kaum Rocker bei uns gab. Also das war so, ja, eigentlich ausschließlich haben irgendwie alle Hip-Hop gehört. Weil Hip-Hop war doch früher so Mainstream. Also jetzt ist es wieder Mainstream, aber du weißt doch, früher war das so, so am Endeffekt Popmusik so. Und deswegen hat das irgendwie jeder gehört und es gab eigentlich nur voll wenige Ausnahmen, aber die haben, glaube ich, keine, haben keine kritische Masse ausgemacht. Okay, verstehe. Ja, bei mir waren es, glaube ich, mehr Rocker in der Umgebung. Also ich war so, glaube ich, eher in der Unterzahl. Ah, okay. Und es war so, keine Ahnung, man hat sich voll, voll random, man hat sich so eher bekriegt und so, ja, jedenfalls irgendwann habe ich es dann halt aber auch so mögen gelernt und so weiter. Ich weiß nicht, irgendwann hat sich so, also mittlerweile höre ich auch, ja, fast ausschließlich Hip-Hop und Michael Jackson. Irgendwie zähle ich den sogar ein bisschen mit zu Hip-Hop. Ich weiß nicht, warum. Er ist absolut kein Hip-Hop, aber irgendwie zähle ich ihn so halbwegs so mit dazu. Ja, also er hat es auf jeden Fall schon zum Teil geprägt. Irgendein R'n'B-Sänger hat doch gesagt, wir alle versuchen bloß unsere beste Michael Jackson-Impression zu machen. Ich glaube, es war Usher oder wer hat es gesagt? Ja, ich glaube, Usher war das. Ja, auf jeden Fall, dass im Endeffekt alle R'n'B-Sänger heutzutage nur noch versuchen, ihn nachzumachen, weil sie so, alle R'n'B-Sänger tanzen ja auf einmal, das war ja früher nicht Standard. Und R'n'B hat ja auch sehr stark Hip-Hop den heutigen beeinflusst mit so dem Gesang, der jetzt auch... Okay, ja, das ist krass. Ja, und irgendwie jeder im Hip-Hop-Bereich feiert halt auch Michael Jackson irgendwie voll und so. Ja, es ist egal. Aber ja, irgendwann kam noch Dancehall mit dazu und Afro-Musik und sowas. Das hat dann alles mit der Zeit, also mittlerweile höre ich halt am meisten, wie gesagt, diese drei, also in erster Linie Hip-Hop und halt auch Afro und Dancer. Aber irgendwann hat es auch generell so mein Mind für Musik generell geöffnet, sodass ich allem Möglichen bis auf Schlager eine Chance gebe. Und Leute, ich werde in diesem Leben nicht mehr. Also ich muss... Nicht ich zumindest. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen Schlager gehört und ich... Das klingt jetzt weird, aber ich verstehe es ein bisschen. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem keine Musik, die ich persönlich mir jetzt so privat anhören würde. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel auch Helene Fischer. Ich weiß so, sie ist nicht die einzige Schlagersängerin, aber sie ist ja unglaublich erfolgreich in dem Gebiet. Die kann unglaublich gut singen und ich verstehe auch da den Appeal auf jeden Fall. Ja klar, also keiner hat gesagt, dass sie zum Beispiel nicht singen kann. Nee, aber ich kenne halt auch... Das ist absolut nicht meine Musik. Ich kenne halt auch viele, die so sagen, das ist Schrottmusik und klar, jeder hat seine eigene Meinung natürlich, aber ich verstehe es sogar. Aber ja, ich bin trotzdem nicht der, der so, ey, Bro, kennst du den neuen... Kennst du das neue Schlager-Mixtape? You know that new... Fischer? Gibt es da Beefs eigentlich unter denen? Oh, das ist ja heftig. Bestimmt, oder? Das ist ja richtig heftig. Die machen dann so Undercover Disks und so. Und so... Ich wollte gerade so ein paar Jokes so reinhauen, aber ich kenne die Welt viel zu wenig, um irgendwas damit... So, weiß ich nicht. Aber ja, Mann, also bis auf Dis hat sich mein Mind für Musik sehr geöffnet und ich bin so für alles mögliche irgendwie offen und ich... Ja, es gibt viel coole Musik. Ja, klar. Ich fand's halt auch echt interessant, irgendwann, als ich auch so die, die ich voll Feuer angeguckt hab, so, von wem die teilweise inspiriert sind. So, wenn du dir zum Beispiel Kendrick anguckst, der hört so... Teilweise Musik ist so weit entfernt von Hip-Hop und irgendwie kommst du erstmal nicht darauf, weil du denkst dir so, er verkörpert doch Hip-Hop. Aber so ist es halt nicht so. Jeder hat seine Inspiration irgendwo anders und du hast sie nicht zwingend aus dem Gebiet, in dem du selber tätig bist, sondern holst dir oftmals sogar Inspirationen von was ganz anderem und wandelst es halt in deine Kunstform um. Ich höre mir für meine Musik auch des Öfteren eher Inspirationen, also nicht eher, aber auch oft Inspirationen von Filmen. Weil mein Kopf oft so funktioniert, dass ich eher Bilder sehe, oft schneller, als ich so mir Musik vorstellen kann. Deswegen auch meistens, wenn ich Musik schreibe, hab ich auch immer Bilder im Kopf, auch wenn es jetzt nicht zwingt, dass Musikvideo ist oder sowas. Dementsprechend, wenn ich manchmal Filme sehe, bestimmte Bilder sehe, dann ist es manchmal so, ja, kann das halt auch ein, ja, kann das auch Musik inspirieren. Sorry. Manchmal, Du solltest Redner werden. Ja, ich weiß, ja, ich weiß. Manchmal, das ist voll seltsam, manchmal habe ich Phasen, wo ich der Meinung bin, dass ich mich ziemlich gut ausdrücken kann und manchmal sagt mein Mund einfach, that you can do anything. Heute nicht. Und deswegen müssen wir auch diesen Podcast schneiden, weil, äh, sonst so viel Zungenakrobatik hier. Ja, genau. Jedenfalls, dann würde ich sagen, äh, äh, freut euch auf dem Podcast. Ne, wie geht das Outro nochmal? Willst du es nicht auch irgendwann mal lernen? Okay. Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, falls ihr den, den Podcast noch nicht abonniert habt, auf, äh, abonniert ihn gerne auf YouTube. Ihr findet ihn aber auch sehr gerne auf Audio-Streaming-Plattformen wie Spotify, wie Google Podcasts, nicht Google, du sagst immer Google Music, habe ich irgendwann in den Kommentaren gelesen. Ich habe es schon vor lange nicht mehr gesagt. Ah, okay. Manchmal kommen so Kommentare, die, egal. Und den Rest kannst du dann erst mal. Und Apple Podcasts. Genau. Folgt uns ansonsten auch auf Social Media, at J Samuels, at Aria Lee, eigentlich auf allen Plattformen. Manchmal wird Aria mit ein paar E's mehr geschrieben. Mit einem E mehr. Ja, genau. Und manchmal halt nicht. Und manchmal halt nicht. Äh, ansonsten würden wir sagen, hot to reason, peason, and goodnight, San Francisco.